Richtig vererben und erben sowie das Erbe anlegen ist ein schwieriges und emotionales Thema, aber sehr sehr wichtig. Einerseits natürlich auch von der finanziellen Bedeutung, also die nächsten Jahre werden jedes Jahr 250 Milliarden Euro vererbt, natürlich auch viele Immobilien davon. Das hat aber einfach eine sehr sehr große Auswirkung auf das Leben vieler Menschen und dann oft auch die Frage, wie man das Erbe richtig anlegen soll oder auch im Vorfeld, genug Familien haben sich über Erbe zerstritten, wie man das besser machen kann, möchte ich einfach hier ein paar Gedanken zu teilen, diesen Videoratgeber. Am besten bereitet man als Erblasser das Erbe auch vor, denn die Vererbung erfolgt entweder durch so ein Testament, was gültig ist, wenn es durch einen Notar beglaubigt ist oder wenn es handschriftlich ist oder durch die gesetzliche Erbfolge. Was hier aber auch interessant ist mit dem Testament, man kann eigentlich nur über die Hälfte seines Vermögens frei verfügen, denn der Rest ist ein einklagbarer Pflichtteil, den seine Frau, Mann, Kinder theoretisch einklagen können und sie haben darauf einen gesetzlichen Anspruch. Am besten ist es daher, das schon alles früh klarzumachen, das transparent kommunizieren und natürlich auch Kinder etc. gleich zu behandeln, um den Familienzwist zu mindern. Wenn es nämlich dann keine Überraschung gibt, dann haben die Leute auch mehr Zeit, sich darauf einzustellen und es sollten halt auch immer das gesamte Leben betrachtet werden und nicht, dass man das dann im Alter als Druckmittel nimmt und das eine Seite manipuliert und versucht, zum Beispiel, dass der eine Sohn dann irgendwie mehr bekommt, weil er näher ist am Vater. Das ist einfach sehr, sehr schwierig zu machen. Es kann aber sinnvoll sein, dass man zum Beispiel, gerade wenn man sehr, sehr alt wird und die Kinder eh schon sehr gut finanziell ausgestattet sind, dass man dann auch die Enkel Dinge vererbt, dass man so halt eine Generation überspringt und so auch erbscher Steuern sparen kann. Was gerade auch oft sehr gerne gemacht wird bei Immobilienvermögen, dass ich zum Beispiel meinen Kindern, das kann ich alle zehn Jahre machen, Immobilie schon vorher überschreibe, mir aber das Nutznießungsrecht zuspreche. Das heißt, ich kann darin wohnen bzw. auch die Mieteinnahmen davon beanspruchen. Wenn ich aber sterbe, ist es wie gesagt schon im Besitz der Kinder und fällt aus der Erbschaftsmasse raus. Da kann man also wirklich einiges sparen an Erbschaftssteuern. Zum Erbsanspruch, ich habe es vorher schon angesprochen, es gibt entweder die gesetzliche Regelung oder das Testament. Wenn die gesetzliche Regelung zum Greifen kommt, bekommt die eine Hälfte der Ehepartner und die andere Hälfte die Kinder zu gleichen Teilen. Also wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat, bekommt jedes Kind ein Viertel des Gesamtvermögens, also sowohl die Vermögensbestandteile als auch die Schulden. Wenn ein Kind gestorben ist, dann geht auch der Anspruch auf die Enkel über. Man wird halt dann immer weiter suchen nach näheren Verwandten. Wenn überhaupt keine Verwandten vorhanden sind, würde am Ende der deutsche Staat erben. Was auch ganz bekannt ist, ist das sogenannte Berliner Testament, wo das gesamte Vermögen dann an den Ehepartner geht. Dies ist aber wie gesagt theoretisch durch die Kinder einklagbar. Denn ich habe immer Anspruch auf den Pflichtteil. Also selbst wenn die Kinder drogenabhängig sind oder einen schlechten Lebensstil, das hat darauf keinen Einfluss. Die einzigen Gründe, dass ich meinen Pflichtteilanspruch verlieren kann, wären Mord oder versuchten Mord am Erblasser, wenn ich Testamente fälsche oder wenn ich dem Erblasser drohe. Am schwierigsten sind meistens die Immobilien, gerade wenn es mehrere Kinder vorhanden sind. Wenn man dann irgendwie ein Viertel oder ein Achtel an irgendeiner Immobilie hat, das ist dann im Real leben oft schwierig. Da muss man sich im Idealfall gütig einigen. Theoretisch kann man das zum Beispiel auch diese Ansprüche verkaufen. Am besten tut aber der Erblasser die Immobilien schon im Testament verteilen, damit da nicht diese prozentualen Regelungen kommen. Zum Thema Erbschaftssteuer, für die meisten ist die Erbschaftssteuer insgesamt eigentlich durch die Freibeträge relativ überschaubar. Die meisten Vermögen, das Haus der Eltern oder sowas, das wird nicht stark besteuert, nur bei größeren Vermögen. Wir sehen hier die verschiedenen Freibeträge. Also bei Ehegatten sind es 500.000 Euro und bei Kindern 400.000 Euro. Also wenn das Vermögen unter diesem Betrag fällt, ist überhaupt keine Erbschaftssteuer fällig. Wenn es aber außerhalb der Familie ist, dann ist dieser Freibetrag nur noch 20.000 Euro. Dabei werden Immobilien zum Bedarfswert bewertet und davon auch nur 90 Prozent, da es natürlich eine Immobilie illiquider ist, als jetzt wenn ich Barvermögen habe, da ich die ja erst zu Geld machen müsste, was wieder Kosten verursacht. Das ist nur im Hinterkopf zu erhalten. Jetzt wie hoch sind die Erbschaftssteuersätze, das hängt wie gesagt auch vom Vermögen und der Steuerklasse ab. Also Kinder und Ehe, Partner werden in der Steuerklasse 1. Das heißt, alles was über den Freibetrag hinausgeht, bei 75.000 Euro, muss ich dann 7 Prozent drauf zahlen. Wenn es 300.000 Euro drüber hinausgeht, dann 11 Prozent in diesem Fall. Es gibt aber so eine genannte Härtefallregelung. Das heißt, wenn ich zwischen diesen zwei Stufen, wenn ich jetzt irgendwie 76.000 Euro zahlen muss, versteuern muss, Entschuldigung, müsste ich ja 11 Prozent drauf zahlen, müsste mehr Steuern zahlen, als wenn ich nur 75.000 Euro erben würde. Da kommt dann diese Härtefallregelung zum Tragen des Mandates, den niedrigen Betrag an Erbschaftssteuer schuldet. Was auch noch reformiert werden soll, aber aktuell noch gilt, dass eigentlich Familienunternehmen von der Erbschaftssteuer größtenteils ausgenommen sind, wenn sie die Mitarbeiter weiter beschäftigen, um halt im Verhältnis zu börsennotierten Unternehmen, die Familienunternehmen nicht so zu benachteiligen. Über diesen Sinn kann man jetzt diskutieren. Gibt es sicherlich für beide Seiten Argumente. Dies führt natürlich auch ein bisschen zu der Frage, ist Erben gerecht? Es ist sicherlich ein gewisser Zufallsgenerator, dass halt einige etwas erben oder auch viel erben und andere nicht. Denn es verstärkt natürlich auch Vermögen, da sich natürlich dann mehr Geld in bestimmten Familien sammelt. Das kann der ein oder andere sicherlich als ungerecht empfinden, aber es ist ja auch nicht Aufgabe des Staates, dass jeder gleich viel bekommt, sondern vor allem, dass jeder die gleichen Chancen hat. Auch kann man natürlich argumentieren, dass erfolgreiche Familienunternehmen oder auch reichere Familien langfristig sehr, sehr gut besteuert werden können und der Staat davon sogar langfristig dann mehr hat, dieses Geld, also Kapitalannahmen zu besteuern, als wenn er einmal die Erbschaft stark besteuert. Denn die Geschichte hat ja bewiesen, dass der Staat mit dem Geld ja auch nicht gut umgeht. Und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass der Reichtum eines Landes besteht ja auch aus dem Kapitalvermögen seiner Bürger und wenn die zu stark besteuert werden, dann müssten die Leute das immer wieder aufbauen und der Staat würde das immer wieder entziehen. Das würde einerseits zu Abwanderung führen und andererseits auch nur zu bedingt besseren Chancen. Wenn müsste man dann, wenn man die Erbschaftsteuer erhöht, aber auch gleichzeitig die Steuern auf Einkommen, auf Arbeit deutlich senken, was aber dann auch oft nicht zur Debatte steht. Außerdem hat natürlich auch der Staat die Aufgabe, das Eigentum zu schützen und wenn jemand Geld besitzt, sollte er eigentlich frei darüber verfügen können, was er damit macht, also ob er es entweder selber auf den Kopf haut oder ob er es Leuten aus seiner Familie vermachen möchte oder verschenkte. Da sollte der Staat eigentlich nicht zu stark eingreifen. Ich glaube, die wichtige Frage ist gar nicht, ob Erben gerecht ist, sondern ob die Leute, die Erbe bekommen, etwas Sinnvolles damit machen, für ihr eigenes Leben oder auch für das Leben von anderen. In Deutschland ist ja die Sprachlegung, dass Geld verdient wird. Im Englischen heißt es zum Beispiel to make money, also man macht Geld. Damit schwingt halt immer schon mit, man muss sein Geld auch verdienen. Das führt andererseits vielleicht auch dazu, dass viele, die durch Erben die finanzielle Unabhängigkeit erreichen, das Gefühl haben, es nicht verdient zu haben, zumindest wenn sie etwas reflektiert sind. Ich denke, es ist hier aber wichtig, wenn ein Erbe anfällt, dass man seinen Lebensstil nur marginal ändert und seinem Leben eher eine sinnvolle Richtung geben kann. Zum Beispiel, wenn man in einem Job war, der einem nicht gefällt, dass man das dann vielleicht als Grundlage nimmt, das zu machen, was man immer schon wollte und vielleicht sich nicht getraut hat, aus finanziellen Überlegungen, dass man so eine Arbeit dann aufnimmt oder Selbstständigkeit oder solche Dinge oder auch im sozialen Bereich sich engagiert, ohne dass man jetzt jeden Tag darauf achten muss, dass genug Geld reinkommt von der Arbeit. Dazu ist aber auch wichtig, dass das Erbe richtig angelegt ist und man nicht von der Substanz zehrt. Also, dass man halt, das ist ganz, ganz entscheidend, finde ich, wenn jemand etwas erbt, dass er das dann auch bewahrt für die nächste Generation, denn immer nur von den Zinsen und Einnahmen davon lebt, aber nicht die Substanz auf den Kopf haut. Ja, und wie man das richtig macht, das unterscheidet sich natürlich jetzt nicht groß anders als von der normalen Geldanlage. Man muss halt sich ein ideales Portfolio überlegen und festlegen, was zu seinem Risikoprofil, Alter und Vermögen passt und dann anfangen, langsam umzuschichten oder zum Beispiel den überflüssigen Cashflow in die unterrepräsentierte Asset-Klasse zu stecken. Also, wer jetzt zum Beispiel viel Immobilien erbt, zwei, drei Wohnungen, überhaupt keine Aktien hat, der sollte zum Beispiel das, was übrig bleibt, dann in Aktien stecken. Er muss deswegen jetzt nicht gleich anfangen, die Immobilien zu verkaufen, was ja auch oft teuer ist. Und gerade Immobilien sind für die langfristigen Vermögensaufbau über mehrere Familiengenerationen hinweg oft sehr, sehr wichtig. Meiner Meinung nach sollte man, wie gesagt, dieses Erbe dann auch als Verantwortung begreifen und sich mit diesem Thema wirklich tiefer als davor auseinandersetzen, da es einfach einen großen Effekt auch auf das Leben hat. Und wenn man nichts damit macht, auch nichts Gutes damit machen kann, das heißt, das Thema Finanzbildung ist hier ganz, ganz wichtig, sich da einlesen und vielleicht auch den einen oder anderen Experten mit einbeziehen, aber hier eher dann auf Honorarberater achten und sich nicht von irgendeinem Bankberater irgendwelche Fonds aufschwätzen lassen, der nach so einem Erbe dann darauf drängt, dass man alles umswitchen soll, um irgendwelche Provisionen zu generieren. Ich würde hier also sehr, sehr langsam vorgehen, erst mal analysieren, was da ist und Dinge, die einem vielleicht überhaupt nicht passen, auch irgendwie verkaufen, aber auch jetzt hier, wie gesagt, lieber langsam aus dem Cashflow in eine geeignete Asset Allocation uminvestieren. Hier würde ich auch noch gerne auf das Video, welche Portfolio Asset Allocation passt, zu mir verweisen. Da sind einfach noch mehr Beispiele zu passenden Asset Allocations. Auf InvestorSearch findet ihr unter Tools, Portfolio, Gewichten auch so einen Gewichtungsrechner, den man als Vergleich heranziehen kann. Das waren also meine Gedanken zum Thema Vererben und Erben. Gerne auch kommentieren. Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriges Thema, aber in Deutschland wird insgesamt zu wenig über Geld geredet und ich glaube, auch hier ist es oft sinnvoll, das in der Familie anzusprechen, transparent damit umzugehen und aber auch, wenn es dann zu dem Fall kommt, das als Aufgabe zu begreifen und richtig zu machen.